ja moin willkommen zurück zu poste brain damaged das meme von einem spiel wie soll man es anders bezeichnet es ist super brutal es ist super dumm es ist super geil ich habe gerade noch gesehen hier sieht man alle gegner des levels wir haben 31 von 136 leuten gekillt also feinden 5 secrets gibt es zehn poster schauen wir doch mal vielleicht finden wir alles ich bezweifle ist ich finde eigentlich nie alles in spielen aber oh gott der junge ich werde noch mal kontern hier schießt oh ja es ist oh man ist da eine würfel bürger kann ich die weg zurückschlagen warte mal okay ist er ab tschüss komm her junge dann nicht du läufst direkt in deinen albtraum sprühen f lekker Saiyan gard Weird wie oh ja hart okay jetzt sind wir wieder hey 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 holen holy fukety fuck jато ey dissgend Being 35 katzen hallo okay 35 katz oh boy oh boy poster cat even the most miserable one is a wonder of nature mag katzen auch wird gerne eine haben leider bin ich allergisch gegen katzen oder ist noch ein opa der der es auf uns abgesehen hat tap aber hier oh ja bist du denn hier hinter ob man dadurch man da raus ob nicht schnell kommen wir wohl dahin da waren wir drin wir natürlich eigentlich in jedes haus übersehen bestimmt weil ich übersehe bestimmt irgendwas okay hallo das wollte ich gar nicht das wollte ich wirklich nicht weggekickt wenn man da kommt man vielleicht drüber moment waren wir ja sind irgendwelche menschenteile da waren die drin hier hätte man auch lang gekonnt okay ach hier sind wir die hunde mache ich lieber mit der pistole weg weil die hätten im nahkampf selber angreifen 20 rüstung golden retriever das soll golden retriever sein yet another staple of the american dream usually it's a mild mannered good dog this one probably caught rabies though ich weiß gar nicht was rabies ist um ehrlich zu sein gut da wollen wir nicht hin das war der start glaube ich ich weiß nicht ob das generell eine krankheit ist oder eine hundekrankheit kenne mich mit hunden nicht so aus geil ich habe gerade ein dings ein schiefeln bekommen das heißt no you ach ja kann man hier denn hier so gar nichts ich spreche ja mal lieber und der hund rum ist das ich glaube hier ist generell so zu ende wir müssen dann durch das über das loch da glaube ich also es ist nicht komplett offen das level ah oh 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 nein oh oh okay big doggo okay den kann man aber leicht ausweichen anscheinend helle devia brauchen wir nur zwei hohen für die armor portable armor give you 100 armor when used when used ach ich kann jetzt mittel auf maustaste drücken ah geil und dann kriege ich 100 rüstungen du 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 geht das auf nee du 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 leben dankeschön oh gut dass wir hier hingekommen sind get over here oh ja rechts klick to send off hook tm and pull yourself towards whatever it penetrates oh die super shotgun aus doom oh yo alter oh das ist nice o co ich kann man hier hoch hier oh nicht so richtig ihr vielleicht hallo light jumping you can make longer jams if you jump immediately after sliding okay geilo danke für den hinweis old school okay okay i like i like golden retriever but mina golden retriever aber böser like a regular one just with a champions certificate feet made kill repeat nein ich bin noch gesleidet shit die mucke dabei auch ja okay das bestimmt für ein secret oder so geil in einem haus gibt es dann entscheidend die gelbe eine gelbe tür so da ist eine gelbe tür die leuchtet sogar ach da muss man ich glaube dann den den schüssel muss man holen weil es da weitergeht wenn ich mir denken das ist eine anspielung auf sims die haben doch immer so eine diamanten überm kopf wenn man die anklickt ja soll ich gehen ach ja du 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 super klischeehaftes klischeehaftes vorstatt ihr leben ist voll aber merken wir uns ich glaube wenn man unter 100 leben hat kann man noch mal leben einsammeln danach nicht mehr deswegen schätze ich wenn wir jetzt knapp unter 100 leben haben und dann das herz einsammeln haben wir voll viel leben meine vermutung so wie ist die gelbe tür ja jetzt kann was der test gehen habe ich natürlich nur deswegen gemacht klar für die wissenschaft ane doch nicht warum habe ich jetzt nur 100 geben dann nur kleine dinger oder kann man nur mit kleinen health pickups über 100 leben kriegen jetzt auch voll dann verstehe ich nicht ganz was ist das hot sauce this one will make you piss hellfire warte mal aber habe ich jetzt die armor nicht mehr oder kann ich das wechseln moment use item wie wir das item next item x ok verstehe okay ein bisschen ekelhaft aber ich bin nur auf der durchreise wir sind immer so laut ich habe diese spritzen geben einem über max leben gerade hatte ich noch nicht genug glaube ich habe mich darauf geachtet nein auch nicht her was gibt dann einem dann warum leuchtet das hier hinter so ist doch mit sicherheit irgendwas kommt man von der anderen seite hin er gedrückt halten alles klar jeder sind heute was ist hier hier kann man auf jeden fall kann ich da ich glaube ich habe das sollte ich glaube das sollte ich nicht machen also da sollte man nicht rüber eigentlich aber hey was wird zu machen hey 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 bad doggo ich glaube eigentlich soll man da nicht rüber können hier free trial of life was steht da steht da was irgendwas was ist eigentlich die katzen sind unsterblich okay die springen nur weg oh not so smart pistol mk420 hear you hear you never again should you be worried about missing a vital spot on your enemies body now you can shoot everyone in the dick but you shouldn't really like really don't oh gott hallo oh der hält aber viel aus lot oh 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 seh ich da was habe ich da gerade was gesehen ne ich dachte ich hab hier eine crowbar gesehen schade Komm her, Junge! Bam! Dass die kein Leben geben, wenn die... Die Dicken... Wenn die sterben. Hey, ihr Peggy, Peggy! Hat auch irgendwas von Ausschnitten... Das ist, glaube ich, eine Anspielung auf so... Mann, wie nennt man das denn? So Vorrichtungen, wo im Mittelalter so früher Leute erhangen wurden. Das sind da Schaukeln für Kinder. Oh, boy. Hier kommt man zu der Poolparty. Ey, du lebst! Mit dir los! So, that's a fine jib. Hier irgendein Secret. Wir haben immer noch keinen Secret gefunden. Hm, ja. Ist das da? Catch me if you can, hat er jetzt, wie ich gesagt... Jetzt hier... Autosaving. Okay, dann geht's hier wahrscheinlich weiter. Gehen wir hier natürlich noch nicht lang. Blue Key! Just around the corner. Kill and steal. Only 13... Okay, wahrscheinlich... Ich spiele noch mal, bis wir zu der blauen Tür irgendwo kommen. Dann müssen wir wahrscheinlich da lang. Ein komisches Haus. Oh! Oh, what the hell? Veteran. Veteran. He was stationed at Da Nang. Still strong, but don't try to cut your lawn near him. He instantly harms Fortunate's son. Picked up liquid nitrogen. Press. Your piss will freeze enemies. Warte mal, wie macht man... Wie pinkelt man nochmal? Aber wie lange friert das? Also wie lange halten diese Buffs dann an? Ich will es jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Wenn ich es brauche. Ah, okay. Pizza gibt auf jeden Fall mehr Max-Leben. Wie es sich gehört, ne? Wo sind wir? Hier waren wir auf jeden Fall schon. Warum? Bist du jetzt auf einmal wieder hier? Und Hinterlassenschaften von Gegnern. Eben auch Max-Leben. Das sieht mir... Blaues Haus. Das sieht mir so aus, als ob wir dafür dann den blauen Schlüssel brauchen. Hey. Wo seid ihr da? Au. 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 Peace. Peace. I ate it, bitch. Peace. Fló. Nice. Nein. Ich dachte gerade, die Katze greift uns an, aber nein. Katzen sind friedliche, unsterbliche Scherturen. Kann man da rein? Nein, ist es nicht. Hallo? Du, du, du. Shotgun-Scherds. Da. Können wir aber nirgends wo rein. Oh, hier ist aber ein Salzer. Hot-Sauce, genau. Oh, oh. Wapp. Bam. Oh. Komm her. Und dann. So. Hier ist aber wieder eine Tür. Oh Gott. Quack. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Du, du. Äh. Wo sind wir denn mal? Ich bin verwirrt, wo sind wir? Da ist ein blaues Haus, da ist auch ein blaues Haus. Da ist nochmal dieser Tunnel. Hä? Der war doch ganz woanders. Ja, Junge! Ja, da hinten waren wir. Ja. Ja, da zu dem Dings gehen wir noch. Die treffen aber krank, ey. Tschüss. Hä? Nichts hier mit Grillparty und Angeln, Freunde. Okay. Ich würde sagen, hier in dieser wunderschönen Aussicht. Da ist Tunnel mit blauem Schlüssel und da hinten irgendwie auch nochmal. Ich glaube, wir müssen dann im Endeffekt am Ende hier lang. Kann ich das? Nein? Hallo? Das wäre es dann erstmal mit der zweiten Folge von Postal Brain Damaged. Ich speichere. Ich finde es immer noch geil. Es wird immer besser. Oh. Äh. Was haltet ihr davon? Habt ihr noch weiter Bock drauf? Ich auf jeden Fall. Mal gucken, was für kranke Waffen und Levels es noch gibt. Ja, ja, ja. Danke fürs Einscheiden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Tschüss. 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 Tschüss.